ein schwieriges unterfangen das könnte was bringen ne bar vielleicht oder ich weiß nicht warte mal ne spaß ist nur auf 2 das bringt gar nix diese stürme scheinen die dino saurier instinktiv zu beruhigen ich für meinen teil werde er nicht schlecht so 543.000 sie können uns dabei helfen ich mag es nicht wenn der strom ausfällt da ist er gar nicht ausgefallen oder ja 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 das kostet nicht viel Gut, ich müsste halt schauen. Edmontosaurus. Wo komme ich, ähm, die waren auch nie großkrank, glaube ich. Hm. Ich könnte einen machen. Dracorex. Mäh. Bewertung. Wie sieht es bei der Bewertung? 34. Ja, nicht schlecht eigentlich. Zwei von denen. Ich hoffe, die werden jetzt nicht krank. Sonst haben wir das gleiche Problem. Im Business ist immer Luft nach oben. Denken Sie über diesen Auftrag nach. Okay, das tun wir. Noch nicht zurück. Okay, okay, okay. Hier. Nix. Toll. Ah, schwierig. Hier ist wildes Treiben. Fühlen sich aber alle wohl. Das ist gut. Das ist gut. Da. Ach. Da. Hier. Da. 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 Drakow X Drakow X Die gehen aber gleich rüber ins andere Gehege. Anfrage bestätigt. Kein Problem. Hoffentlich. So, wie sieht's aus? Jetzt sieht's gut aus. 35.000 Gewinn. Ja, ja. 254 Gäste. Gut, gut, gut. Okay. Boah, das war jetzt ein Marathon. Okay. 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 Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Aber so langsam kommen wir wieder. Was ist jetzt mit den Gästen wieder passiert? Jetzt sind wieder keine Ahnung wie viele weg. Naja. Wahrscheinlich, weil die Tiere betäubt sind. Transport im Gange. Produkt wurde eingesammelt. Ah, es kommt schon, es kommt schon. Zustellung wurde abgeschlossen. Transport abgeschlossen. So, 250. Ein Restaurant und eine Bar vielleicht. Könnte hinhauen. Ich habe jetzt eueroweit eine Art Event IV-Reisign. . . . . . Das war's für heute. Sonst verkaufe ich die dann wieder, wenn es nichts bringt. So, ich hoffe, das war nicht zu viel Geld, das ich jetzt investiert habe. Das habe ich noch gar nicht gesehen hier, cool. Man muss das echt direkt an die Wege anbinden. Das hat dann schon ein bisschen mehr, dieses Parkfeeling. Wenn du jetzt hier durchläufst, das sieht echt cool aus. Wenn das hier nebeneinander steht, finde ich, sieht cool aus so. Hier mit den Mülleimern dahinter. Cool. Jetzt läuft hier ein bisschen Musik. Fuss vom Gas gibt's erst, nachdem der Auftrag erledigt und die Ziellinie erreicht ist. Habe ich mir gedacht, dass das reinhaut. Die Besucherzahl ist gleich nach oben. Sehr gut. Das war herausragende Arbeit. Sie haben meinen Dank. Wir verkaufen mal Bier für den Zwanziger. So. So, jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Cool, cool. Boah, hat ein bisschen länger gedauert, Leute. Aber wir haben's geschafft. Die sind dran geblieben. Und das war gut. Dass wir dran geblieben sind, war super gut. Wie sollte ich das Stromnetz... Hinten durchziehen, eigentlich. Das kommt irgendwie besser. Finde ich. Dann hat's hier noch Platz für ein anderes... Oder für einen Schutzraum. Das ist gerade ein bisschen teuer. Oh nein. Sei was, was ich heilen kann. Müssen Sie mich verarschen. Tollwut, ey. Ja, ich habe aber die Kohle, glaube ich. Ich hoffe es. Durch sie ist die Unterhaltungsabteilung das Kronjuwel dieser gesamten Einrichtung geworden. Boah, es kostet mich wieder Geld, ey. Aber... Standort erschöpft. Okay. Brauche ich gerade nicht. Okay, gut, gut. Schnell. Ich hau kurz die Mission da raus. Äh, den Auftrag. Was Neues. Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag zu Ihnen. Okay. Das lohnt sich. Großer Pflanzenfresser. Macht's gut. So, jetzt läuft's besser. Die Spielhalle zieht aber nicht unbedingt, oder? Nee. Die reiße ich wieder ab. Für den Moment. Das gibt mir noch ein bisschen extra Kohle. So, wie läuft's mit unserer Tollboot? Zwei Minuten. Zwei Minuten. Abwarten. Souvenir laden. Fastfood, Spielhalle, Spielwarenladen. Die Bar, okay, das haben wir. Kleiderladen. Bowlingbahn. Was für Fahrkünste. Was für Fahrkünste. Produkt entdeckt. Produkt behandelt. Diese Expedition war vor allem wegen Ihnen ein Erfolg. Sie können sich verbeugen. Aber ich werde nicht klatschen. Du klatscht gefälligst. Produkt bestätigt. Was für ein Treffer. Wir sind hier fertig. Sichtkontakt mit Produkt. Das dem es gewesen sei. Sehr gut. 500.000 wieder. Auf der Seite. Ich haue hier einen Kleiderladen dran. Ich würde Ihnen stark empfehlen, diesen Auftrag anzunehmen. Nein. Gib mir lieber was Besseres. Wir haben Arbeit, die Interesse... Blödsinn. Ach. Ach. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt ist er gefangen. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt ist er gefangen. Geht nicht. Leider. Reicht schon für den Fleischwasser? Ich glaube noch nicht. Ich habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung... Ich habe die Tiere nicht mal, Mann ey. Was für eine Scheiße. Aber jetzt reicht es dann bald für den Fleischfresser. Ich brauche ungefähr eine Million, um ein Gehege zu machen. Futter und so weiter für den Fleischfresser. Ich schicke nochmal was los. Ich müsste noch was finden, was mir noch ein bisschen finanziellen Schub gibt. Was sieht hier eigentlich aus? Was haben wir Neues dazu bekommen? Den Kamarasaurus, der ist auf 31%. Und die sind weiter unten. Ja. Das reicht halt noch nicht. So viele sind es aber nicht mehr, ne? Wir haben schon recht viel. Gut, gut. Da läuft nicht schlecht. Hier auch. Und die Bar läuft am wenigsten, weil wir mega Betriebskosten haben. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil nur die Mitarbeiter am Saufen sind. Die Idioten. Nicht so gut, das kostet Geld. Die nehme ich weg. Eine reicht. Kann ich kein Fleischfresser herstellen? Einfach ohne Gen-Modifikation? Was wäre denn der günstigste? Ein Zerottersaus. Aber ich weiß nicht, ob ich die alleine halten kann. Wenn er mir ausbricht, habe ich ein Problem. Ich mache mal ein Gehege zuerst. Warte. Ich bräuchte halt echt noch eine Finanzspritze. Ja, gut. 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 So. Jetzt mache ich ein Gehege. Die Zahlen sehen großartig aus. Ich muss halt echt kleine Gehege machen. Ich kann das nicht anders. Das funktioniert nicht. Auf eine andere Art und Weise geht es nicht. Leider. Ist halt so. Am wenigsten Geld. Von dem her. Ja. Oh. Spielt keine Rolle, ist alles gleich teuer. Spielt keine Rolle. Stummabwehr rein, sonst nichts mehr. Aber hier haben wir halt schon Platz gespart jetzt. Das ist genau das, worum es geht. Kleine Gehege aufeinander. Das kommt gut. So. So. Perfekt. Eigentlich ein schönes Gehege. Den kriege ich nicht mehr weg. So, jetzt. So. Ich glaube, der Material, ich kann den nicht aussprechen, der braucht nicht so viel Wald. Das haben wir ja letztes Mal auf der anderen Insel gemerkt. Da hat er, der mag es lieber, wenn er ein bisschen mehr Grasland hat als Wald. Deswegen denke ich, dass das reichen wird hier für ihn. Da ist ein Auftrag auf meinem Schreibtisch gelandet. Sie müssen ihn sich ansehen. Gleich noch den nächsten anfordern. Es heißt, es gäbe einen neuen Auftrag. Das können wir kurz machen. Das spielt nicht mehr so eine Rolle. Was ist das nächste Genom? Gibt es eins, das nahe an 60% ist? Der Kamerasal. Ah, es geht so lange. Ne, geht so lange. Ich brauche was Kurzfristiges. Etwas, das nicht so lange geht. Sehr gut. Gute Entscheidung, diesen Auftrag anzunehmen. Das haben Sie bewiesen. Danke. So. 850. 870. Es reicht gleich. Ich werde ihn nicht modifizieren. Weil er dann wieder zu teuer ist. So. Das muss nachher halt schnell gehen. Wenn der hier rauskommt. Dann wird er die attackieren. Deswegen muss das dann ziemlich schnell gehen. Okay. So, jetzt werde ich wieder einen von denen. Was will habe ich jetzt von denen hier drin? Ich könnte ein paar Struthiomimosse wieder verkaufen, um noch ein bisschen Kohle reinzubringen. Wobei ich glaube, ich glaube, habe ich die losgeschickt? Ich habe sie glaube ich losgeschickt, oder? Mist. Okay. Warte. Drei Worte. Drei Worte. Drei Worte. Auftrag. Sie. Ja. Wir haben keine 400 Gäste. Ah, komm. Ich dachte, wir hatten locker 400 Gäste. Und dann. Ich dachte. Ich dachte. Untertitelung. BR 2018